ARD Text im Auftrag von Funk 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 wirklich Nein, einfach Nein Oh doch, Kaya, oh doch Kaya, oh doch Kaya, oh, Kaya, oh 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 Kaya Kaya, oh Kaya, oh Kaya 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 Ich weiß nicht, was ich. Ich bin der Fall von den Körnlösen, aber von den Körnlösen, das ist, dass du in diesem Kampf sehen kannst. Das ist die nächste Körnlösen. Ja. Ich werde das für dich, aber... ... das ist für heute. Das war's für heute. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie in ihm verknallt ist. Ich gehe doch voll auf den. Aber nur so ein bisschen. Ey, komm, die ist doch voll verschossen in den. Die beiden entweder... Gut, sie könnten auch wie Geschwister zueinander sein, aber ich glaube, die beiden ein bisschen auch was für einander. Das ist immer so eine Zweierkonstellation. Wenn das mal ginge, Kaya, wenn das mal ginge... ... Ich glaube, ich glaube, es ist ein Schmuck. Ich glaube, ich glaube, dass es mir besser fühlt. Das ist vielleicht auch, aber ich glaube, dass ich mich nicht glauben. Ich glaube, dass ich mich nicht glauben. Ich weiß, dass ich mir die Schmuck des Spiels ansteigte. Ja, ich weiß nicht, dass ich mich noch nicht so schlossen habe. Das war's für mich. 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 Dann bin ich halt morgen müde. Wir spielen das durch. Scheiß drauf. Freut sich noch jemand auf den 100% Run in ein paar Jahren? Ja, ich hab' das nicht geschafft. Na, kommt drauf an. Wann musst du denn ins Bett? Taya, wann musst du denn ins Bett? Huch, ein Salat. Hier wird nicht ins Bett gegangen. Wir sind für alle morgen müde, ja. Wenn, dann alle. Siehste. Dann, ich geh' mal davon aus, dass wir so gegen ein Uhr fertig sind. Eine Stunde, Kaya. Eine Stunde müsstest du noch ranhängen. Geplant ist es auf ein Uhr, dass wir durch sind. Das schaffst du doch, komm. Sei keine Pussy. Ich geh' nicht so Pussy. Da doch, da doch. Ziehen wir das durch. Juhu. Geht doch. Diesen Enthusiasmus möchte ich hören, Kaya. Genau diesen. Komm, los. Wir rocken das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Das wird. Das wird. Das packen wir. Ja. Mal probieren. Eben. Machen wir mal. Zwei Normale. Aber wenn Bingo waffen kommt, geh ich. somebody die... nicht lohnt rohne ja hast recht er gibt es überall immer jeder von den charakteren hat ein also den kannst du halt einfach nicht entkommen ich sehe das schon ganz okay das ist die vorderseite von denen bitte einmal von der rückseite da können wir die hinterteile zählen da ist bei story etwas schwierig ne das problem ist wird halt mega viel geredet ich selber dazwischen die macht gerade so viele tolle screenshots und das ohne dass ihr trotzdem mitkriegt wobei mich erinnert das so ein bisschen an ff 10 also nur diese ruinen herrgai m kill Okay. Okay. Da musst du aber wirklich in den Sequenzen den Zubbel halten. Aber ich muss mir einmal ganz kurz ein Trinken von draußen holen. Ich bin dann gleich da. Also ich mache auch kein Pause-Screen. Ich hole mir einfach mal kurz mal ein Getränk. Das schafft er nicht. Ey, er muss. Ich will die Sequenzen mitkriegen. Okay. Wobei, Kaya war gestern nur am Anfang stumm. Gegen Ende hat er ja auch gesammelt, was das heuchelt. Vielleicht war Kaya einfach nur schüchtern. Gleich. Äh. Okay, wir machen. Gut. Die ganze Zeit haben da schon die Knaschkatze. Ja, ich hab Hunger! Dafür gibt's Katzenohren. Juhu! Welche? Die mit Plüsch, die ohne Plüsch oder die mit Glöckchen. Und hallo Kaya, der ja grad stumm ist. Okay. Plüsch! Kajos? Ja, schrei doch nicht so. Kajos! Alter. Kajos! Ja, nee. Kajos! Mapa, komm mal ran auf den Meter. Nee, zwei Leute reich. Also, es ist reich, wenn du mit drin bist. Nee, nee, nee. Bei drei Leuten wird das etwas schwierig mit den Sequenzen. Und Mapa muss doch hier eh noch arbeiten. Wir wollen das Ding hier nicht durchsabbeln. Sondern, ich will auch was von der Story mitkriegen. Okay, ich will wieder gehen. Perfekt. Nö, du bleibst jetzt hier. Haha. Was? Ja, du. Deine Idee. Du sitzt jetzt hier mit im Boot. Du hast gar keine Wahl mehr. Hier wurde die Entscheidung gerade abgenommen. Du musst du da wirklich die Fresse halten werden. Ja, ne? Das komme ich mit dem Tape an. Ja, das ist wenn ich den ... Sie können jetzt schon ... Hä, so war es mal ... Das Ding hat mich geglaubt ... Im Boot, nicht im Raumschiff. Aber du musst mich unterstützen. nein doch für deine idee du hast dir das selbst ein ja und ich ziehe es mal mit ins boot ins raumschiff boot boot raumschiff du hast gehört machen wir arbeiten lasst die dame arbeiten immer auf die kleinen dicken mit brille trägst du gar keine brille gerade nicht aber sonst schon weit waren ja jetzt hier was hast du auch keine brille getragen also ich wollte ja nicht immer die hüfte bei dir nicht so ausloggen ist gemein ich weiß schön okay hier ist keine noch nichts anfangen mit dem hier war schon ich auch noch nicht okay dann geht es halt hier rein ich war nach vor es könnte jetzt eine sequenz kommen wenn wir da gleich zum sternchen hingehen kein ding ja tels lebt von seinen video sequenzen okay das ist cool alter okay ich laufe jetzt hier einfach nur die ganze zeit rum einfach weil ich die fußtapfen cool finde ja es ist ja auch cool ja ich weiß ihr habt ja recht eine was man an das ist schön ich heiß ferrüst ули只是 alle alle flrada aber auch auf es Level 53! Darf ich nochmal erwähnen, dass wir noch nicht mehr 53, noch nicht mehr 50 erreicht haben. Oh Gott, wir werden so auf die Fresse kriegen jetzt. Ja, das würde ich wehtun. Vor allem, weil es hier scheinbar auch keinen Händler mehr gibt. Könnten die Heiler bitte heilen? Danke. Ja, aber es ist ja nun mal so. Sie haben nur meinen eigenen Willen, dann sollen sie ihn auch benutzen. Künstliche Intelligenz und so. Sehr oft, so wie du es willst. Ja, siehst du, sollen sie sich mal an beide Programme halten. Wir verstehen dich nicht. Doch, tun sie. Nein. Doch. Sag nicht nein, wenn ich doch sage. Nein. Doch. Das geht nur in eine Richtung. Nein. Das hören die. Okay, das hören die. Natürlich. Geht doch. Ja. Aber so schwer sind sie doch gar nicht. Und von 20 Jahren hat es immer gesagt, wenn Schweine fliegen könnten, gäbe es keine Salami. Ich bin zu Hause. Geh einfach nach Hause. Ich bin doch zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich hab die Nebenquests gemacht. Ich hab die Nebenquests gemacht. Außer die, bei denen wir sowieso schon auf die Schnauze gekriegt haben. Ich hab die Nebenquests gemacht. Ganz pflichtbewusst. Ich glaube, uns fehlen bisher nur zwei oder drei. Zwei oder drei Nebenquests haben wir nicht gemacht. Weil das eine war ein Level 60er. Der hat uns aber sowas von den Arsch versüllt. Und das andere war, glaube ich, 55er und 57er Miniboss. Der hat uns auch den Arsch versüllt. Und das andere, da mussten wir die Waffen von Rinvel abgeben. Da habe ich, glaube ich, die letzte oder vorletzte Waffe nicht abgegeben. Meine ich zumindest, dass das letzte oder vorletzte war. Und mehr. Dass du ehrlich bist, dass jetzt aber der Arsch versüllt wurde. Aber man wurde auch der Arsch versüllt. Finde ich gut. Warum sollte ich da lügen? War ja nun mal so. Alter, ich meine, ich finde das generell gut. Alter, ich meine, ich finde das generell gut. Nachdem ich noch einmal so. Was. Also war es für mich. Was. Ich bin sweet. Hían. Was. Ich bin. Ich bin. Finde ich. Ich bin. Sie. Warum. Untertitelung des ZDF, 2020